Welche Kennzahlen kann man im Absatzcontrolling bezüglich der Marktstellung bilden? Nun, Marktstellung bedeutet Marktanteil und relativer Marktanteil, wobei man das erste könnte man dann nennen den absoluten Marktanteil und das zweite ist der relative Marktanteil. Was ist der absolute Marktanteil? Das ist das Absatzvolumen, das was ein Unternehmen, also unser Unternehmen absetzt ins Verhältnis gesetzt zu dem was alle absetzen, das nennt man das Marktvolumen. Oder man kann sagen eigener Umsatz dividiert durch Gesamtmarktumsatz, Absatzvolumen durch Marktvolumen, wie auch immer man das nennt, mal 100, dann hat man einen Prozentsatz. Dieser Prozentsatz sagt unseren Anteil vom Kuchen. Das ist der Kuchen, das sind 100%. Wenn wir jetzt hier, was weiß ich, 15% errechnen, dann ist das unser Anteil vom Kuchen. Unser Anteil vom Umsatz im Verhältnis zum Gesamtumsatz. Der relative Marktanteil ist der eigene Marktanteil. Wir müssen also erst das hier ausrechnen, um den relativen Marktanteil ausrechnen zu können, durch Marktanteil größter Konkurrent. Relativ, ja, in Relation zum größten Konkurrenten. Manchmal nimmt man hier auch die drei größten Konkurrenten, das hängt von der Marktstruktur ab. Das ist der relative Marktanteil. Das heißt, das, was man hier als Marktanteil ausgerechnet hat, fließt hier in den Zähler ein für den relativen Marktanteil. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.